Hey Gott zum Reichtum, gleich nach dem Intro. Wie viel Geld hättet ihr am liebsten anwählen? Oder hättet ihr das Geld am liebsten komplett abschaffen? Wenn ja, wieso? Was heißt für euch, reich zu sein? Wie viel muss man ihrer Meinung nach haben, um reich zu sein? 100.000, 1.000.000, 10.000.000, 100.000.000? Ist Reichtum bloß am Geld auszumachen? Oder was zählt für euch noch dazu? Was denken ihr darüber? Eier Meinung zählt? Schreib es in die Kommentare. Vielen Dank, dass du mein Video angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir doch einfach einen Daumen nach oben. Hier rechts kommst du zu zwei weiteren Videos von mir und hier kannst du auch meinen Kanal abonnieren. Was hältst du von diesem Video? Schreib es mir einfach in den Kommentaren. Und nicht vergessen... Schwarz wie deine Seele, schwarz wie die Nacht. Schwarz wie deine Seele, schwarz wie die Nacht.